Wenn Stille mich umgibt Geschrieben von Midnight Flower Gelesen von Carina Fue Ein Harry Potter One-Shot Draco Malfoy stand inmitten seines Schlafzimmers und starrte aus dem Fenster. Vor seinen Augen erstreckte sich ein Teil des verbotenen Waldes, über den sich langsam die Dämmerung legte. Er betrachtete zwei Schüler dabei, wie sie am Waldrand entlang zurück zum Schloss eilten und ihren Ausgangspunkt, die Eulerei, immer weiter hinter sich zurückließen. Seitdem er wieder zurück auf dem Schloss Hogwarts war, hatte sich sein Leben verändert. Nur leider nicht in dem Ausmaß, wie er es sich wünschte. Als ehemaliger Todesser war er gebranntmarkt und wurde von der Vielzahl seiner Mitschüler gemieden. Obwohl er oft genug erklärt hatte, dass ihm als Sohn von Lucius Malfoy keine Wahl geblieben war, hatte niemand seinen Worten Glauben geschenkt. Niemand außer Professor McGonagall. Als er im Spätsommer den Brief von Hogwarts erhalten hatte, hatte er zuerst damit gerechnet, als Schüler abgelehnt zu werden. Es hätte ihn nicht mehr gewundert, wenn er als ungeeignet eingestuft worden wäre. Niemals im Leben hätte er damit gerechnet, sein letztes Jahr als Schulsprecher anzutreten. Er hatte McGonagall direkt an seinem ersten Tag gefragt, wieso ausgerechnet er für diesen Posten auserwählt wurde. Als Antwort hatte sie nur gelächelt und etwas über das Porträt von Elvis Dumbledore gesagt, was Draco jedoch weder inhaltlich noch akustisch verstanden hatte. Draco war schließlich, wie viele seiner ehemaligen Mitschüler, noch auch kurz zurückgekehrt. Nachdem auch er sein eigentlich letztes Schuljahr abseits des Schlosses verbracht hatte, entschied er sich ohne zu zögern dazu, seinen Abschluss nach Ende des Krieges nachzuholen. Obwohl er für viele nur der faule, verwöhnte und stinkreiches Slytherin-Schnösel war, wollte er in seinem Leben etwas erreichen. Besonders jetzt, wo er nicht mehr aufgrund seines Namens mit Respekt behandelt wurde. Es war schwer für ihn zu akzeptieren, dass die Zeiten, in denen der Name Malfoy mit Anerkennung verbunden war, vorbei waren. Mittlerweile rümpfte jeder Zweite die Nase, wenn er ihn sah, und machte einen großen Bogen um ihn. Während diejenigen, die im Krieg auf Harry Potters Seite gestanden hatten, ihn verabscheuten, gab es sogar einige Slytherins, die sein Bekenntnis, er habe all das, was er für die Todeser getan hatte, nie gewollt, zutiefst verurteilten. Obwohl Lord Voldemort endgültig besiegt war, schworen einige ihm weiterhin die Treue, selbst wenn sie dafür in Asgaban schmorten. Draco hatte nach dem Krieg nicht eine Sekunde gezögert, seinen Vater zu verraten und sich endgültig von ihm abzuwenden. Als Jugendlicher war er stolz darauf gewesen, gemeinsam mit ihm an den Treffen der Todeser teilnehmen zu können. Als er mit 16 Jahren schließlich in den Kreis aufgenommen worden war, hätte er alles getan, um Lucius Malfoy stolz zu machen. Leider musste er auf die harte Tour lernen, dass dieser sich einen Dreck um das Wohl seines einzigen Sohnes scherte. Er hatte auf die brutalste Art und Weise erkennen müssen, dass sein Vater Macht und Anerkennung mehr schätzte, als das Leben seines Sohnes. Mit dieser Erkenntnis war auch die Klarheit gekommen, dass er alles, was er für die Todeser jemals getan hatte, nie selbst gewollt hatte. Er wollte nicht foltern, er wollte nicht töten. Er genoss es, hin und wieder die Leute zu schikanieren oder sie von oben herab zu behandeln. Doch die Dinge, zu denen die Todeser ihn gezwungen hatten, gingen weit über seine Grenze hinaus. Obwohl jede Zelle seines Körpers sich dagegen gewehrt hatte, hatte er mitgemacht. Hatte seine eigenen Überzeugungen hinuntergeschluckt und im dunklen Nord gedient. Alles mit dem Ziel, sein eigenes Leben zu retten. Dass Dwecku nun hier stand, in seinem eigenen Schlafraum, der ihm als Schulsprecher zustand und sein letztes Jahr in Frieden nachholen konnte, glich einem Wunder. Er ertappte sich oft genug dabei, dass er sich selbst in den Arm kniff, nur um sicher zu sein, dass er nicht träumte. Obwohl er sich einsamer und gehasst da denn je fühlte, war er am Leben. Ein Privileg, das er zu schätzen gelernt hatte. Sein Blick ruckte zur Seite, als er im angrenzenden Wohnraum ein Geräusch vernahm. Aha, anscheinend ist sie zurückgekehrt, dachte er mit einem spöttischen Lächeln. Als er ihr heute Morgen gesagt hatte, sie hätte Ähnlichkeit mit einem kleinwüchsigen Bergtreu, hatte sie ihm nur einen finsteren Blick zugeworfen und war davon geeilt. Draco, der insgeheim versucht hatte, sie aufzuheitern, hatte nach ihrem Abgang nur den Kopf geschüttelt. Hermine Granger war in schlimmer Verfassung. Ihre Laune glich der des blutigen Barons und ihr Aussehen hatte sich stetig verschlechtert, seitdem er mit ihr gemeinsam den Gemeinschaftsraum des Schulsprecher bezogen hatte. Er wusste, dass sie keine leichte Zeit hinter sich hatte und doch ärgerte es ihn, dass sie seine Gesellschaft in jeder nur möglichen Sekunde miet. Eigentlich miet sie jegliche Gesellschaft, wie ihm vor kurzem bewusst geworden war. Draco hatte vermutet, dass sie den Gemeinschaftsraum deshalb so schnell verließ, um nicht mit ihm alleine sein zu müssen. Als er ihr eines Nachmittags gefolgt war, hatte er herausgefunden, dass sie sich nicht etwa unter ihre Freunde, ihre verbliebenen Freunde mischte. Stattdessen war sie rastlos, durch die Gänge des Schlosses gestreift und hatte sich schließlich im Raum der Wünsche verkrochen. Auch beim Abendessen kam sie meistens entweder zu früh oder zu spät, sodass sie die restlichen Gryffindors oft um wenige Minuten verpasste. Im Prinzip ging es ihnen nichts an, weshalb sich Granger immer weiter zurückzog. Doch aus Gründen, die er selbst nicht weiter erkunden wollte, interessierte es ihn, was in ihrem Kopf vor sich ging. Langsam durchquerte er sein Zimmer und öffnete die Tür. Wie vermutet, war Granger in ihren Schlafsaal zurückgekehrt. Er trat in den Türrahmen und lehnte sich mit der Schulter dagegen, während er ihre müden Bewegungen studierte. Sie war gerade dabei, ihre Schulbücher zu sortieren, als sie ihn bemerkte. Manfall, bitte erspar mir deine weiteren Kommentare zu meinem Aussehen, sagte sie mit gestresster Stimme und ließ sich auf eines der Sofas fallen. Als sie ihren Blick hob, erkannte er die dunklen Augenringe und die eingefallenen Wangenknochen, die ihn heute Morgen dazu veranlasst hatten, sie zu foppen. Tatsächlich hatte er damit erreichen wollen, dass sie sich entspannte und ihre Energie auf ihn konzentrierte und nicht auf die Dämonen, die sie augenscheinlich verfolgten. Ich sage, er ist ja nur ungern, Granger, aber mit deinem momentanen Aussehen gewinnst du keine Schönheitswettbewerbe. Nicht, dass das früher anders gewesen wäre, aber... Sobald er die Worte ausgesprochen hatte, strafte er sich selbst einen Lügner. Obwohl er sie aufgrund ihrer Herkunft gehasst hatte und mehr als einmal vorgeführt hatte, war er dennoch nicht blind gewesen. Hermine Granger hatte ihm gefallen, zumindest äußerlich. Dies zuzugeben kam für Draco jedoch nicht in Frage. Glaubst du, es interessiert mich, was du von mir denkst? sagte sie schnippisch und legte ihren Kopf zurück auf die Lehne. Ihre Augenlider flatterten und ihr Gesicht entspannte sich etwas. In diesem Augenblick erkannte Draco mehr denn je die Verletzlichkeit, die sie umgab. Du solltest mehr essen, Granger, erwiderte Draco plötzlich, vollkommen aus dem Konzept gerissen. Es dauerte einen Moment, bis er realisierte, was er gesagt hatte. Hermine, die von seinen Worten ebenso irritiert schien wie er, starrte ihn wütend an. Es gefällt mir auch nicht, mit dir alleine auf engstem Raum zusammen zu wohnen, aber McGonagall hat es so entschieden und wir müssen diese Entscheidung akzeptieren. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das auch tun würdest. Ich möchte nicht mit dir streiten und ich werde dir versprechen, dass ich unseren Gemeinschaftsraum so oft wie möglich verlassen werde. Sie klang so unfassbar müde, dass Draco das dringende Bedürfnis verspürte, hinter ihre brüchige Fassade zu blicken. Er brauchte kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass Hermine eine schwere Last mit sich trug. Ich meine es ernst. Du musst mehr essen, ansonsten wirst du irgendwann zusammenbrechen. Außerdem solltest du das, was auch immer dich quält, loslassen. Hermines Augen wurden größer, sobald sie realisierte, dass Draco seine Worte ernst meinte. Für einige Sekunden wirkte sie irritiert, ehe sich ein schleier der Wut über ihre Augen legte. Was weißt du schon von meinen Problemen, Malfoy? Du machst es dir doch immer leicht. Hast immer irgendeine Ausrede parat. Sobald du merkst, dass du in Schwierigkeiten geraten könntest, wechselst du einfach feige die Seite und versteckst dich hinter anderen. Spieh Hermine aus und warf ihm dabei Blicke zu, die keinen Zweifel daran zuließen, was sie gerade am liebsten mit ihm tun würde. Draco, der merkte, dass er Hermines Barriere langsam zu durchdringen schien, stieß sich vom Türrahmen ab und ging auf sie zu. Sein Blick war ununterbrochen auf sie gerichtet, während er sprach. Ja, so ist es gut. Lass es raus. Schrei mich an, wenn du willst, spornte Draco sie an. Er wusste nicht genau, wieso er das tat, doch er war sich absolut sicher, dass hinter ihrer sorgsam errichteten Mauer Gefühle tobten, die sie beinahe in die Knie zwang. Nur zu gut konnte er sich daran erinnern, wie es sich anfühlte, alles hinunterschlucken zu müssen, den ganzen Schmerz mit sich selbst zu vereinbaren. Möglicherweise war es diese Erfahrung, die ihn dazu trieb, ihr helfen zu wollen. Du bist vollkommen irre, Hermine wandte ihren Blick ab, doch Draco sah, dass es sie einige Mühe kostete, die exklusive Mischung an Gefühlen zurückzuhalten. Obwohl er sie nicht gut kannte, wusste er, dass Hermine niemand war, der seine Emotionen vor anderen versteckte. Nur allzu gut erinnerte er sich an seinen Nasenbeinbruch im dritten Schuljahr, für den sie verantwortlich gewesen war. Ihr Temperament war schon immer etwas gewesen, das ihn insgeheim beeindruckt hatte. Dass sie in dieser Situation versuchte, so kalt wie ein Eisklotz zu sein, ärgerte ihn genauso sehr, wie es ihn herausforderte. Möglicherweise bin ich das, aber hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut? Merlin Granger, wenn dein Gesicht vor Anstrengung noch röter wird, kannst du bald als Maskottchen für Gryffindor auftreten. Es gibt vieles, was man hinunterschlucken kann, aber manches sollte man besser herauslassen. Er war so nah an sie herangetreten, dass sie nur wenige Meter voneinander trennten. Aus dieser kurzen Entfernung sah er, wie sehr ihre Lippe unter dem Bemühen, ihre Gefühle tief verschlossen zu halten, zitterte. Ob sie wohl noch immer unter dem Verlust von Wiesli litt? Mittlerweile war es fast sechs Monate her, dass er bei der Schlacht um Hogwarts ums Leben gekommen war. Es wird besser werden, ich weiß, wovon ich spreche. Ohne es aktiv zu wollen, realisierte er, dass er ihr aufmuntert zunickte. Hermines Reaktion auf diesen Versuch nett zu sein, fiel jedoch deutlich anders aus, als Draco erwartet hatte. Du weißt, wovon du sprichst? Ihr habt doch alle keine Ahnung, wovon ihr redet. Hermine sprang so abrupt vom Sofa auf, dass sie beinahe vorne übergekippt wäre. In letzter Sekunde fing sie sich und trat beiseite, so weit weg von Draco wie möglich. Mit hektischen Bewegungen sammelte sie ihre Bücher ein, während sie sich bemühte, den Blick abgewandt zu halten. Draco wollte erneut nachbohren, wollte sie erneut aus der Reserve locken. Als er diesmal einen Schritt auf sie zutrat, sah sie ihn direkt an. Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, ihre Wangen glühten. Nur mit deutlicher Anstrengung schaffte sie es, nicht in Tränen auszubrechen. Stattdessen wischte sie sich mit einer Hand über die Augen und blickte erneut weg. Er hatte nicht damit gerechnet, sie weinen zu sehen. Merlin er konnte problemlos mit ihrer Wut, ihrer Abneigung umgehen, sie jedoch in Tränen aufgelöst vor sich zu haben, berührte ihn auf eine Art, wie er es noch nie zuvor gespürt hatte. Schlagartig fühlte er sich hilflos, wusste nicht, was er sagen sollte. Doch das musste er auch nicht. Hermine hatte sich bereits umgedreht und verließ den Gemeinschaftsraum. Bevor die Tür ins Schloss fiel, hörte Draco ein Herz zerreißendes Stuchzen, das sich ihrer Kehle entrang. Hermine ging ihm aus dem Weg. Es war für Draco kein neues Gefühl, gemieden zu werden. Seitdem das neue Schuljahr begonnen hatte, also seit knapp drei Monaten, machten die meisten seiner Mitschüler einen großen Bogen um ihn, wann immer sie ihm zufällig in einem der Gänge des Schlosses oder auf dem Gelände begegneten. Dennoch störte es ihn, dass Hermine seine Gesellschaft ausgerechnet jetzt auswich, wo er einen kurzen Einblick in ihre Gefühlswelt erhascht hatte. Er konnte sich selbst nicht erklären, wieso er plötzlich so versessen darauf war, die Hintergründe ihrer Situation zu erfahren. Doch er hatte das Gefühl, als könnte er sie besser verstehen, als sie ahnte. Draco war ein Meister darin gewesen, Emotionen und Erinnerungen zu verdrängen. Er hatte diese Fähigkeit perfektioniert, um die letzten Jahre zu überstehen. Er wusste, wie es sich anfühlte, alles nur in sich hineinzufressen. Er wusste, wie schwer die Last von unausgesprochenen Empfindungen werden konnte, wenn man sie nur lang genug mit sich herumtrug. Wenn er morgens aufwachte, hatte Hermine bereits den Schlafsaal verlassen. In der Mittagspause hatte sie sich angewöhnt, ihr Essen an einem ihm unbekannten Ort einzunehmen. Abends verkoch sie sich dann in ihrem Zimmer und ignorierte seine Anwesenheit, indem sie ihre Tür verschloss und erst aus ihrem Zimmer herauskam, wenn er bereits schlief. Am meisten ärgerte ihn, dass er seit ihrem Gespräch ständig darüber nachdachte, was sie wohl beschäftigte. Im Unterricht konnte er sich nicht konzentrieren, sondern starte unentwegt zu ihr hinüber. Vorbildlich, wie sie war, saß sie in jedem Fach in der ersten Reihe, so dass Dweck uneingeschränkte Sicht auf sie hatte. Sie sprach kaum mit jemanden, nicht mal Potter schaffte es, mehr als drei Sätze hintereinander mit ihr zu wechseln. Obwohl er sich einerseits darüber freute, musste er zugeben, dass es ihn ebenso beunruhigte. Er kannte Hermine nun seit sieben Jahren. Sieben Jahre lang hatte er ihre besserwisserische, offene und stets positive Art ertragen müssen. Sieben Jahre lang hatte er sich gewünscht, sie würde endlich den Mund halten und ihm all diese Dinge ersparen. Merkwürdig, dass sie ihm nun, wo sie seinen stillen Rat befolgte, fehlten. Es war der 31. Oktober, Halloween, als Dweco den Gemeinschaftsraum der Schülsprecher betrat. Er hatte vor, seine Schulbücher abzulegen und danach noch einmal in die große Halle zurückzukehren, um das umfangreiche Festmahl, das an diesem Tag aufgetischt wurde, zu genießen. Doch bereits als er die Türschwelle übertreten hatte, merkte er, dass etwas nicht stimmte. Vor dem rotbraunen Wohnzimmertisch lagen Bücher und Pergamentrollen verteilt. Ein Umhang, Hermines Umhang, wie er sofort am roten Kragen erkannte, hing unsauber über einen Sessel. Die Tür zu ihrem Schlafbereich stand weit offen und gewährte ihm einen Blick auf ihr leeres Bett. Unter anderen Umständen hätte er angenommen, dass er soeben in eine heiße Zähne gestolpert wäre, doch Dweco wusste automatisch, dass das hier nicht der Fall war. Granger? fragte er zögernd und trat ein. Er schloss die Tür des Gemeinschaftsraums hinter sich und legte den schweren Bücherstapel ab. Für einen kurzen Moment dachte er darüber nach, ob er einfach wieder gehen und diesen Vorfall vergessen sollte. Er hatte den Gedanken noch nicht einmal zu Ende gefühlt, als er es hörte. Ein leises Schluchzen, so voller Schmerz, dass sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Dwecos Körper reagierte instinktiv bei diesem Geräusch. Wie von selbst bewegten sich seine Beine auf die offene Tür zu. Langsam und vorsichtig betrat er den Raum und erschrak bei dem Anblick von Hermine, die zusammengekauert vor dem Fußende ihres Bettes saß. Sie hatte die Beine an den Körper gezogen und die Arme darum geschlungen. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen, denn es lag verdeckt in ihrem Schoß. Dweco wusste auch so, dass sie weinte. Spätestens das Beben ihres Körpers verriet ihm, wie sehr sie gerade litt. Reglo stand er da und betrachtete die Zähne. Hatte er sich jemals so hilflos gefühlt? Was sollte er machen? Immerhin war das hier Granger. Unbehaglich verlagerte er sein Gewicht und wartete fieberhaft auf einen Geistesblitz. Irgendetwas, das ihm dabei half, diese Zähne zu verarbeiten. Das Holz der Dielen unter ihm knarzte. Sofort riss Hermine den Kopf in die Höhe und starrte ihn mit roten, verweinten Augen an. Auf ihr Gesicht trat ein Ausdruck purer Wut, als sie Draco in ihrem Zimmer erblickte. Verschwinde Malfoy oder ich hätte dir ein Fluch auf den Hals. Ihre Stimme zitterte so sehr, dass sie Mühe hatte überhaupt zu sprechen. Draco wusste, dass er ihrem Wunsch nachgehen sollte. Stattdessen trat er einen weiteren Schritt auf sie zu und schüttelte überzeugt den Kopf. Ich halte das für keine gute Idee, antwortete er leise. Er ließ sich vor ihr auf die Knie sinken und starrte sie unverwandt an, ohne zu wissen, was er mit seinen Händen tun sollte. Um diese Unsicherheit zu überspielen, sprach er weiter. Was ist passiert? Auf seine Antwort folgte ein weiteres, emotionsgeladenes Sturzen. Tränen kullerten über Hermines Wangen und tropften auf die helle Jeans, die sie trug. Es ist alles okay, murmelte sie im Versuch, ihn loszuwerden. Er hätte sich selbst nicht als übermäßig aufmerksam beschrieben, doch was Hermine betrafft, wusste er, dass hier überhaupt nichts in Ordnung war. Wieder versuchte sie, ihre Gefühle zurückzuhalten und ihn mit irgendwelchen belanglosen Floskeln abzuwimmeln. Du sitzt gerade alleine auf dem Boden deines Zimmers, deine Augen und Wangen sind rot vom vielen Wein und deine Jeans ist schon ganz nass, dort wo dein Gesicht bis eben lag. Du kannst sagen, was du willst, Granger, aber hier ist absolut nichts okay. Erwiderte er härter als beabsichtigt. Diese ganze Situation zehrte an seinen Nerven und rieb ihn auf. Er kannte dieses Gefühl nicht und wusste nicht, wie er damit umzugehen hatte. Seine Worte mussten unbewusst einen Schalter in Hermine umgelegt haben. Während sie in einem Moment krampfhaft versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten und sich zu beruhigen, sprudelten die Gefühle im nächsten Moment über. Sie schluchzte laut und fing bitterlich an zu weinen. Noch ehe Dweck darüber nachdenken konnte, rutschte er näher an sie heran. Zögernd legte er ihr zuerst eine Hand auf den Rücken, doch als Hermine keine Anstalten machte ihn anzugreifen, Schlanger schließt sie seine Arme um sie und zog sie an sich. Es war ein merkwürdiges Gefühl, ihren warmen, weichen Körper an seinem zu spüren. Der Duft ihrer Haare kitzelte in der Nase, so dass Dwecko tief einatmete. Als Hermine sich enger an ihn presste und ihr Gesicht an seinem Hals vergrub, versteifte er sich kurz, doch ihre tiefe Traurigkeit brachte selbst seine Wände zum Einstürzen. Der kalte, beherrschte Dwecko Malfoy wurde von einer jungen, verzweifelten Hexe in die Knie gezwungen. Welche Ironie des Schicksals. Lange saßen sie so auf dem Boden, Hermine in Dweckos Arm. Er hatte irgendwann angefangen, ihren Rücken zu streicheln und beruhigende, zusammenhangslose Worte zu mummeln. Selbst als seine Muskeln langsam zu kribbeln begannen, ließ er sie nicht los. Stattdessen veränderte er seine Position und zog Hermine kurzerhand auf seine geschlossenen Beine. Sie zögerte keine Sekunde, ihre Arme erneut um ihn zu legen und sich vertrauensvoll an ihn zu lehnen. Langsam beruhigte sich Hermines Atmung. Sie entspannte sich merklich und sank kraftlos gegen ihn. Allein die Tatsache, dass sie sich ihm gegenüber so verletzlich zeigte, machte ihm deutlich, wie schlecht es ihr ging. Heute, vor sieben Jahren, hat er mir das Leben gerettet. mummelte sie irgendwann. Ihre Stimme wurde von dem Stoff seines Pullovers gedämpft. Draco hatte keine Ahnung, wovon sie sprach. Es war ihm egal, solange sie überhaupt mit ihm sprach. Deshalb strich er ihr auffordernd über das Haar und verlagerte sein Gewicht, um ihr ins Gesicht sehen zu können. Du musstest gerettet werden? Ich dachte immer, du bist die Superhexe. Es überraschte ihn selbst, wie leicht es ihm fiel, sich ihr gegenüber so zu geben, wie er tatsächlich war oder zumindest, wie er immer sein wollte. Es gab nicht viele Menschen, denen er sein wahres Ich zeigte, doch Hermines Verletzlichkeit animierte ihn, ihr etwas zurückzugeben. Sie verzog die Lippen, brachte jedoch kein Lächeln zustande. Stattdessen füllten sich ihre Augen erneut mit Tränen, wobei sie es dieses Mal schaffte, sie zurückzuhalten. Es dauerte einen Moment, ehe sie fortfuhr. Es war Halloween, als wir im Unterricht bei Professor Flickwig Federn zum Fliegen bringen mussten. Ron hat den Zauberspruch immer wieder falsch betont und sich ständig gewundert, wieso nichts passiert ist. Ich war damals nicht besonders bescheiden. Ich habe den Zauberspruch als Erste korrekt gewirkt und wollte ihm helfen, habe ihm Tipps gegeben. Aber Ron reagierte daraufhin total beleidigt und hat bei Harry über mich geschimpft. Hermine sprach, ohne dass Draco sie auffordern musste. Er war sich nicht mal sicher, ob er diese Geschichte überhaupt hören wollte. Ihre Friede, Freude, Eierkuchenfreundschaft zu Weasley und Potter? Draco konnte sich definitiv andere Gesprächsthemen vorstellen, die ihn tausendmal mehr interessierten. Dennoch verkniff er sich jeglichen Kommentar und forderte sie stumm, lediglich mit einer sanften Berührung ihre Haare auf, fortzufahren. Es hat mich getroffen, wie er immer über mich gesprochen hat. Ich dachte, wir wären Freunde. Fusi Ford hielt sie doch sofort inne, als Draco ein abfälliges Schnauben von sich gab. Weasley war ein Idiot. Jeder hier weiß, dass du schon damals die beste Hexe deines Jahrgangs warst, erklärte er ausweichend, wobei er jedoch den Blick abgewandt hielt. Gerne hätte er ihr gesagt, für wie unfähig er Ronald Weasley gehalten hatte. Hatte jedoch, dass dieser Kommentar den Vertrauensbonus, den sie sich aktuell gegenseitig gaben, zerstören würde. Ron war schon immer schnell in seinem Stolz gekränkt. Er war impulsiv und handelte selten rational. Sie zuckte leicht mit den Schultern, nahm dann aber den eigentlichen Faden wieder auf. Ich habe geweint und mich im Mädchenklo versteckt. Ich wollte nicht, dass jemand mich sieht. Die Erinnerungen an den Abend kehrten nur noch langsam in Drakos Gedächtnis zurück. Es hatte ein großes Halloweenfest gegeben mit köstlichen Speisen, soweit das Auge reichte. Er hatte den Abend in Gesellschaft seiner neuen Freunde Krabby, Goyle, Sabini und Parkinson verbracht. Während er so darüber nachdachte, realisierte er, dass er Hermines Abwesenheit an diesem Abend tatsächlich kurz wahrgenommen hatte. Er hatte sogar noch den höhnischen Kommentar von Pansy im Kopf. Granger sitzt bestimmt seit Stunden vor ihrem Spiegel und versucht, ihren Moppern Haaren zu bändigen. Da hat ja mein Besen schönere Borsten. Er hatte darüber gelacht und sich anschließend wieder wichtigen Themen gewidmet, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, wo sie geblieben war. Das war der Abend, an dem der Trollen Hogwarts eingedrungen ist, sagte Draco schließlich, als auch diese Erinnerung sich materialisiert hatte. Niemand hatte damals ein Wort darüber verloren, was tatsächlich im Kerker passiert war. Gerüchten zufolge waren Schüler des Hauses Gryffindor an der Gefangennahme des Trolls beteiligt gewesen. Doch niemand hatte so wirklich daran geglaubt. Dass es tatsächlich so gewesen sein musste, realisierte Draco erst jetzt, sieben Jahre später. Ich habe von dem Alarm nichts mitbekommen. Es war vollkommen ruhig, als ich die Kabine des Mädchenklos verlassen habe. Und da stand er plötzlich vor mir. Ein ausgewachsener, riesengroßer, brösartiger Troll. Ich dachte wirklich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Als Hermine an die Geschehnisse dachte, zitterte ihr Körper. Da er die Ganze sowieso schon überwunden hatte, zog er sie enger an sich und legte sein Kinn auf ihrem Kopf ab. Es wunderte ihn, dass sie diese unvertraute Zuneigung duldete. Allerdings nahm er sich keine Zeit, dies zu analysieren. Alleine hätte ich es niemals geschafft, lebend dort herauszukommen. Harry und Ron sind zum richtigen Zeitpunkt aufgetaucht. Obwohl es Ron im Unterricht kein einziges Mal geschafft hatte, die Feder zum Fliegen zu bringen, hatte dem Troll seinen Knüppel abgenommen und ihn K.O. geschlagen. Wäre Ron nicht gewesen. Ihre Stimme brach und ihre Augen füllten sich erneut mit Tränen. Noch ehe Draco etwas erwidern konnte, schmiegte sie ihr Gesicht an seinen Hals und schniefte. Nach einer kurzen Pause, in der weder Hermine noch Draco etwas sagten, überrumpelte sie ihn plötzlich mit wenigen Worten, in denen so viel Schmerz lag, dass sich Dracos Herz zusammenzog. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Er wusste nicht, wovon sie genau sprach. Doch er spürte instinktiv, wie sehr ihre Schuldgefühle auf ihr lasteten und drohten sie zu zerbrechen. Draco hatte noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass er und Hermine Granger mehr gemeinsam haben könnten, als nur die Tatsache, dass sie beide nach Hogwarts zurückgekehrt waren, um ihren Abfluss nachzuholen. Er hatte nie in Erwägung gezogen, dass sie mehr verbinden könnte, als nur Hass. Was, wenn Hermine ihm ähnlicher war, als er sich eingestehen wollte? Ich habe Ron auf dem Gewissen. Meinen besten Freund. Nur meinetwegen musste er sterben, fügte sie kaum hörbar hinzu und presste ihr Gesicht dabei so eng gegen Dracos Haut, dass er befürchtete, sie könnte keine Luft mehr bekommen. Ihre Worte jedoch waren es, die jeden klaren Gedanken in ihm auslöschten. Sie dröhnten in seinem Kopf und wiederholten sich wieder und wieder. Die Frage, die ihn die letzten Wochen gequält hatte, war gelöst. Und dennoch wünschte er sich schlagartig, dass er niemals gewusst hätte, welche Dämonen Hermine verfolgten. Denn er wusste genau, wie sie sich fühlte. Wenn ich anders, besser reagiert hätte, wäre er noch am Leben. Wenn ich nicht gestolpert wäre, hätte Ron mich nicht auffangen müssen. Er hätte all seine Konzentration auf Nagini richten und sie töten können. Er wäre selbst nicht in Straucheln geraten, hätte sich nicht vor mich geworfen und... Halt! Dracos Stimme donnerte durch den Raum, sodass Hermine erschrocken zusammenzuckte. Ihr Kopf schoss in die Höhe und wäre beinahe mit seinem zusammengestoßen. Als sie ihren Blick nun auf Dracos Gesicht richtete, sah sie dahin so etwas wie Wut, eine Art Verzweiflung, als wüsste er genau, welche Emotionen in ihr brodelten. Seine Hand legte sich an ihre Wange und zwang sie, ihn weiterhin anzusehen. Seine Augen verdunkelten sich, während er mit den Zähnen malte. Obwohl sein Körper zum Zerreißen gespannt war, war seine Berührung sanft und beinahe ehrfurchtsvoll. Er striche sanft mit dem Daumen über die Unterlippe und blickte ihr schließlich direkt in die Augen. Für einen Moment gestattete er Hermine, so tief in seine Seele zu schauen, wie es noch nie jemand zuvor getan hatte. Dann senkte er seine Lippen auf ihre und küsste sie. Es war, als würde ein Feuerwerk direkt in seinem Inneren explodieren. Tausende Funken erbarsten seinen Körper und sorgten dafür, dass sein Puls in die Höhe schoss, sobald er Hermines Lippen auf seinen spürte. Obwohl Draco sich vornahm, sanft zu bleiben, intensivierte er den Kuss, sobald Hermines Geschmack auf seiner Zunge lag. Seine Sinne sohnten, während er das Gefühl hatte, vollkommen von ihr eingenommen zu werden. Als sie schließlich ihre Hand in Dracos Nacken legte und ihre Lippen auffordernd öffnete, war es um ihn geschehen. Mit einem leisen Stöhnen schob er seine Zunge zwischen ihre Lippen und küsste sie, bis sie beide atemlos waren und verzweifelt nach Luft rang. Dracos Hände legten sich auf Hermines Hüften und zwangen sie, stillzuhalten. Der deutliche Beweis seiner Erregung pochte hart zwischen ihren Schenkeln und wurde durch ihre unruhigen Bewegungen noch mehr entfacht. Er konnte nicht sagen, wann ihn ein Kuss jemals so in Flammen gesetzt hatte, doch er ahnte, dass er noch nicht ansatzweise genug davon hatte. Als könnte Hermine seine Gedanken lesen, lehnte sie sich nach vorne und drängte ihre Brüste gegen seinen Oberkörper. Er schloss für einen Moment die Augen und genoss dieses ungewohnte, aber dennoch sehr vertraute Gefühl der Nähe. Wann hatte er eigentlich aufgehört, Hermine zu hassen? Er schenkte diesem spontanen Gedanken keinerlei Aufmerksamkeit. Stattdessen zog er die Beine an den Körper und stand langsam mit Hermine in den Armen auf. Sie wollte protestieren, klammerte sich an ihn, doch Draco hatte nicht die Absicht, die Verbindung zwischen ihnen zu unterbrechen. Stattdessen drehte er sich herum und legte sie behutsam auf der weichen Tagesdecke ihres Bettes ab. Als sie so vor ihm lag, mit ihren großen, rehbrauen Augen, die unsicher zu ihm aufblickten, den wilden, hellbrauen Locken, die ihr zartes Gesicht umspielten und den leicht geöffneten und von seinem Kuss geröteten Lippen verspürte er nichts als Verlangen. Draco überbrückte die wenige Entfernung und beugte sich über sie. Mit einer Hand stützte er sich neben ihrem Körper ab, während die andere Hand unter ihrem Pullover verschwand. Seine Finger kribbelten, als er die zarte Haut ihres Bauches streichelte und spürte, wie sie sich ihm entgegenreckte. Er sah in ihre Augen und erkannte darin dieselben Gefühle, die auch ihn zu überwältigen drohten. Nichts als verzweifelte Lust und ein Verlangen, das danach gierte, gestillt zu werden. Er zögerte nicht einen Augenblick, seine Lippen erneut für einen leidenschaftlichen Kuss auf ihre zu pressen. Sein Körper bedeckte ihren und sandte einen Schauer nach dem Nächsten durch ihre Glieder. Obwohl er ihr am liebsten die Kleider vom Leib nachgerissen hätte, nahm er sich Zeit, ihren Körper mit seinen Händen zu erforschen. Als Hermine schließlich vor Erregung wimmerte, liebkoste er ihre empfindlichste Stelle mit seinen Lippen und steigerte ihrer Beiderlust ins Unermessliche. Für diesen einen Moment gab es zwischen Draco und Hermine keine Geheimnisse mehr. Ihre Körper verschmolzen miteinander und versanken in einem Strudel der Leidenschaft, aus dem es keinen Kommen gab. Es fühlte sich ungewohnt an, Hermine in seinem Arm zu halten, ihren Atem auf seiner nackten Brust zu spüren und sich gleichzeitig vollkommen entspannt zu fühlen. Ungewohnt gut. Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, hatte Draco für einen Augenblick befürchtet, sie würde ihn rausschmeißen. Sie hatte ihm einen langen Blick zugeworfen, ehe sie zu ihm herübergerutscht war und sich an seine Seite geschmiegt hatte. Sag nichts, Malfoy, hatte sie gesagt und ihren Arm über seine Brust gelegt. Draco wäre nicht im Traum darauf gekommen, irgendetwas zu sagen, was diesen Moment zerstören könnte. Viel zu sehr genoss er diese aufrichtige Nähe, die ihm beinahe sein ganzes Leben lang versagt geblieben war. Er war kein Kind von Traurigkeit und erst recht kein Heiliger und dennoch hatte er noch nie das Gefühl gehabt, dass ihn jemand so akzeptierte, wie er war, auch wenn dieser Moment nur einige Minuten anhielt. Hermine hingegen hatte alles genommen, was er ihr geboten hatte und ihm ebenso viel zurückgegeben. Als er so da lag, den Blick an die Decke gerichtet, wanderten seine Gedanken zurück zu ihren Worten. Nur wegen Miem musste er sterben. Die Stille und die unausgesprochenen Worte, die darin lagen, erdrückten ihn beinahe. Noch ehe er sich zurückhalten konnte, baten sich die Worte einen Weg aus seinem Mund heraus. Du musst lernen, damit umzugehen, Granger. Begann Draco und drehte seinen Kopf leicht, sodass er sie ansehen konnte. Die Schuld wird dich irgendwann zerfressen, wenn du nicht lernst, sie loszulassen. Es fiel ihm schwer, diesen Ratschlag auszusprechen, wo er doch selbst erst vor einigen Monaten damit begonnen hatte, sich zu vergeben. Viele Nächte hatte er wach gelegen und hatte sich für das verurteilt, was er getan hatte. Hatte sich selbst gehasst, ein Todesser zu sein. Er war den Weg des kleinstmöglichen Widerstandes gegangen, doch er hatte überlebt. Es gibt Dinge im Leben, die muss man akzeptieren. Jeder Fehler, den du begangen hast, ist im Endeffekt eine Lektion fürs Leben. Seine Worte klangen sogar für seine Ohren hochtrabend. Als hätte er sie aus einem dieser Weisheitsbücher der Muggel abgelesen. Aufgrund seiner eigenen Vergangenheit wusste er jedoch, dass sie der Wahrheit entsprachen. Du klingst wie ein Philosoph, antwortete Hermin ironisch und verzog das Gesicht. Scheinbar glaubte sie nicht daran, dass er tatsächlich Recht haben könnte. Als Sohn eines Todessers hast du keine Wahl. Du schließt dich entweder an oder bist tot. Es gibt nur wenige, die tatsächlich den Sprung auf die gute Seite geschafft haben und selbst die wurden irgendwann von den verbliebenen Todessern getötet. Als ich jung war, habe ich die Vorstellung genossen, mein Name allein würde reichen, um Zauberer und Hexen gleichermaßen vor Angst erzittern zu lassen. Macht ist verführerisch, aber auf Dauer tröstet sie dich nicht darüber hinweg, was du dafür aufgegeben hast. Immer wieder fragst du dich, ob du nicht doch anders hättest reagieren können, ob du nicht mutiger hättest sein können. Wäre Snape noch am Leben, wenn ich mutiger gewesen wäre? Wenn ich Dumbledore umgebracht hätte? Draco spürte, wie sich die Beziehung zu Hermine langsam aber sicher veränderte. Sie hatten einander vollkommen nackt gesehen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Er gestattete ihr einen Blick in sein Innenleben und wusste, noch bevor sie etwas erwiderte, dass sie ihm jetzt auch etwas zurückgeben würde. Severus Snape war ein Spion Draco. Er lebte andauernd mit der Gefahr, entdeckt zu werden, antwortete sie und bemühte sich dabei, logisch zu denken. Das ist etwas vollkommen anderes. Mit gerunzelter Stirn richtete Draco sich auf und stützte sich auf den Unterarm ab. Hermine, die realisierte, dass er sich nicht von ihrer Ansicht überzeugen ließ, senkte den Blick auf seine Brust und zuckte leicht mit den Schultern. Ronald Weasley hat an der Seite von Harry Potter gekämpft. Wenn er nicht vollkommen verblödet war, wusste er, was das zu bedeuten hatte. Es hätte jeden von euch treffen können, Hermine. Bei seinen harschen Worten zuckte sie leicht zusammen, doch Draco gab ihr keine Möglichkeit zu reagieren. Du gibst dir die Schuld an etwas, das du nicht hättest beeinflussen können. Wärst du nicht gestolpert, hätte sie die Schlange möglicherweise dich erwischt oder sie hätte dich dennoch verfehlt und Weasley angegriffen. Möglicherweise wäre die beide gestorben, sagte er mit deutlichem Nachdruck und richtete sich auf. Er legte eine Hand an ihre Wange und strich sanft mit dem Daumen darüber. Draco verwendete den Lauf des Schicksals nicht beeinflussen. Da kann dir Trilloni erzählen, was sie will. Ron ist nicht gestorben, weil du unachtsam warst. Ron ist gestorben, weil er für das Gute gekämpft hat. Draco verwendete absichtlich seinen Vornamen, um Hermine zu zeigen, dass sogar er dem toten Zauberer Respekt sollte. Obwohl er Ronald Weasley noch heute nicht leiden konnte, würde er dessen Andenken nicht mit Füßen treten. Wieso sagst du das alles Draco? Fragte sie und schien ehrlich verwirrt. Ihm fiel auf, dass sie ihn zum ersten Mal, seitdem sie sich kannten, Draco genannt hatte. Es gefiel ihm. Weil ich all das selbst durchgemacht habe und noch immer jeden Tag durchmache. Die Worte kamen leicht über seine Lippen, doch für Draco bedeuteten sie alles. Das Geständnis, das er seit vielen Monaten mit sich herumgetragen hatte, wog tonnenschwer. Als diese Last nun von seinen Schultern fiel, musste er sich eingestehen, wie sehr er sich gewünscht hatte, mit jemandem darüber sprechen zu können. Niemals hätte er erwartet, dass es Hermine Granger sein würde. Ich habe mich wie du aktiv in den Dienst einer Seite gestellt. Dass ich keine andere Wahl hatte, war mir am Anfang egal. Ich habe es akzeptiert und das Beste daraus gemacht. Doch was wäre passiert, wenn ich nicht als kleiner Junge schon meinem Vater nachgeeifert hätte? Was, wenn ich als Teenager nicht davon fasziniert gewesen wäre, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten? Was, wenn ich mich geweigert hätte, mich den Todessern anzuschließen? Fragte er und verzog das Gesicht. All diese Fragen hatten ihn monatelang gequält und die Nacht für Nacht wachgehalten, bis er es geschafft hatte, damit umzugehen. Obwohl er wusste, dass er gegen die Todesser keine Chance gehabt hätte und das Richtige getan hatte, um für sein eigenes Überleben zu sorgen, kamen noch heute immer wieder Zweifel auf. Dann wärst du jetzt tot. Sie hätten dich umgebracht, wenn du dich gegen sie gewarnt hättest. Er widerte Hermine und realisierte gar nicht, dass sie nun diejenige war, die sein Verhalten entschuldigte. Dweco lächelte knapp und nickte ihr zu. Genau. Höchstwahrscheinlich wäre ich tot. Und höchstwahrscheinlich wärst du tot, wenn du dich der Schlange in den Weg gestellt hättest. Noch während er sprach ist Hermine die Augen auf. Langsam, nach und nach, sah er darin Verständnis aufblitzen. Seine Worte hatten endlich einen Weg in ihr Inneres gefunden und sie erreicht. Wie hast du es geschafft, all das zu akzeptieren? fragte sie aufrichtig, ohne den kleinsten Funken Skepsis in der Stimme. Du kannst entweder an der Vergangenheit festhalten und immer wieder darüber nachdenken, was du alles hättest anders machen können. Du wirst dir ständig Vorwürfe machen, wieso du nicht anders reagiert hast, aber im Endeffekt kannst du nicht mal sagen, ob es zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Und dennoch wirst du daran zerbrechen. Oder du lernst, das Leben so zu nehmen, wie es jetzt nun mal ist? Glaub mir, es ist längst nicht so einfach, wie es klingt. Ich habe lange dafür gebraucht, zu akzeptieren, dass ich mit dem leben muss, was ich habe. Meistens funktioniert es ganz gut, so wie jetzt zum Beispiel. Sagte er und schenkte ihr ein leichtes Lächeln. Dabei striche er sanft über ihren nackten Rücken. Als Hermine diesmal ihren Blick hob, lag so etwas wie Hoffnung darin. Hilfst du mir dabei, all das zu lernen? Fragte sie und biss sich dabei auf die Unterlippe. Draco sah sie neugierig an. Ihre Frage war ein weiterer Vertrauensbonus, von dem er nicht wusste, wieso er ihn verdient hatte. Auf sein Gesicht starr sich ein Lächeln, ehe er antwortete. Als Schulsprecher werde ich hier noch eine ganze Weile auf engstem Raum mit dir zusammenwohnen. Habe ich eine andere Wahl, als Ja zu sagen? neckte er sie und zog sie sanft näher an sich. Also ja, ich helfe dir dabei. Sie beugte sich unvermittelt zu ihm und küsste ihn kurz, wobei sie eine Hand flach auf seine Brust legte, direkt über die Stelle, an der sein Herz schlug. Das ist eine sehr gute Wahl, Malfoy. Bevor Hermine sich zurückziehen konnte, hatte Draco sie bereits in seine Arme gezogen und rollte sie unter sich. Er blickte von oben auf ihr Gesicht herab, auf das sich ein zartes Lächeln geschlichen hatte. Vielleicht würde sein letztes Schuljahr doch gar nicht so schlecht werden, dachte er, ehe er den Kopf senkte und ihre Lippen mit seinen verschloss. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieses One-Shots angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut einfach mal bei der Autorin vorbei. Ein Link dazu ist in der Infobeschreibung. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Denn ich habe jetzt gesehen, dass 60% meiner Zuschauer mich nicht abonniert haben. Also wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und keins mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal, das ist ja auch kostenlos. Und dann bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Video.